In einer Wikiminute passiert viel, wie in diesen 60 Sekunden über Wikimedia-Projekte. In nur einer Minute erklären wir, was die freie Wissensbewegung von Wikimedia ist. Sie kennen vielleicht Wikipedia, die freie Enzyklopädie, die jeder bearbeiten kann. Aber wussten Sie, dass Wikipedia nur eines der 14 Open-Source-Projekte ist, die in der globalen Bewegung namens Wikimedia vereint sind? Die Bewegung besteht aus Organisationen wie der Wikimedia-Stiftung, die die Projekte steuert. Aus mehr als 140 Partnern wie Wikimedia-Ukraine und AfroCrowd, die Aktionen zu bestimmten Regionen und Themen organisieren. Und natürlich aus den fast 300.000 Freiwilligen, Menschen wie Sie. Die Bewegung teilt die Überzeugung, dass alle Menschen Zugang zum Wissen der Menschheit haben sollen und alle Menschen etwas zum Aufbau des weltweiten Wissens beitragen können. Wir verfassen nicht nur Texte, wir setzen Wissen frei. Das ist die Wikimedia-Bewegung. In einer Minute erklärt.